Freunde, mir ist die Qualität gerade ehrlich gesagt scheißegal. Es geht gerade nur um eine ganz, 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 ganz wichtige Info, weil ich so viele Nachrichten gerade auf meinem alten Instagram-Account bekomme. Nein, diese Nachricht ist nicht von mir, selbstverständlich nicht. Und diese Nachricht wird automatisch, selbst wenn ich eingeloggt bin in diesem Account, weitergeleitet. Dementsprechend klickt einfach nicht auf diesen Link. Nicht auf den Link klicken. Das ist nicht von mir. Folgt meinem neuen Instagram-Account gerne, um da mit mir zu schreiben, um da neue News zu bekommen und, und, und. Aber Leute, klickt nicht auf diesen Link. Der Account, wie gesagt, ich versuche ihn zu deaktivieren, ich versuche ihn zu löschen, was auch immer, nicht auf den Link klicken. Diese Nachricht ist nicht von mir. Ich weiß ja im 2021, die meisten werden nicht draufklicken und das ist gut so, aber es gibt immer noch Leute, die draufklicken. Es gibt immer noch Leute, die denken, das kommt von mir direkt. Ja, ich weiß, gibt es tatsächlich. Aber Leute, ich wollte diese Info nur klarstellen, das ist nicht von mir, das kommt nicht von mir. Ich hoffe, ihr glaubt mir das. Warum sollte man es mir nicht glauben? Ich hoffe, ihr habt nicht draufgeklickt. Wird ein Virus sein, wird ein IP-Locker sein, was auch immer. Keine Ahnung. Will ich nicht wissen, wollt ihr nicht wissen, klickt nicht drauf, Leute. Also, ihr habt es berühmt.